Bald ist es dunkel. In dieser unheimlichen Schlucht will ich die Nacht nicht verbringen. Endlich! Etwas, das nicht aus Stein ist. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes? Die Resistance. Hier müssen sie sein. Es muss so sein. Nein. AIM hat sie zuerst gefunden. Wir langen in Schädung! Was ist hier passiert? Hallo? Das war ihre Basis. Aber wo sind sie jetzt? Vielleicht konnten sie fliehen, bevor... Nein. Einige müssen entkommen sein. Sie müssen hier irgendwo sein. Ich muss weitersuchen. Ich muss nach oben, um zu sehen, wo ich bin. Sei nicht böse, Abu. Ich verdrehte mir nur die Beine. Ich kann's nicht fassen. Ich hab's geschafft. Meine Eltern würden ausflippen, wenn sie mich hier sehen könnten. Ich flippe ja selber aus. Das kann doch nicht... Die Chimera... Ich hab's nicht... Ich hab's nicht glauben. Ich kann's nicht glauben. Ich bin... Ich bin... Los geht's. Punktlandung. Verdammt! Hat er sie vor! Die Resistance muss hier sein. Ich hätte gedacht, sie stellen Wachen auf oder so. Lichter, jemand ist zu Hause. Äh, ups. Unten war der Reaktorraum. Wahrscheinlich muss ich nach oben. Oh Mann, ich muss in der Nähe sein. Heilige Scheiße, das Kommandodeck. Wo sind denn alle? Das ist es. Das ist das Hauptquartier der Resistance. Es muss eine Nachricht geben. Oder eine Karte. Irgendwas, das zeigt, wo sie sind. Oder man hinterlässt keine Beweise. Ja, clever. Ziemlich staubig. Nein, sie sind hier irgendwo. Genau. Nee, sie sind hier. Ich bin hier. Ja, das ist. Hallo? Vielleicht komm ich in die Crewquartiere. Ach, natürlich. Ich muss den Strom wieder einschalten. Hm, vielleicht kann ich einen Schalter umlegen oder sowas. Da, da müsste ich hinkommen. Okay, konzentrier dich. Geschafft! Nein, 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 nein! Wow, toll gemacht Kamala. Hallo? Nicht cool. Klingt, als würde das alte Teil auseinanderfallen. Was ist das? Wow. Ist das etwa das, was ich denke? Wow. Warum ist er noch hier? Er ist so leicht. Du hattest recht, Cap. Terigen war wirklich ein mächtiger Stoff. Wer ist da? Oh nein. Was ist das? Halt! Tu mir nichts! Oh nein, ich weiß, dass die da drin sind. Ich weiß, dass die da drin sind! Bitte wach es mir auf! Jetzt! Sieh zu! Dr. Fanner! Ah! Ah! Oh! Oh! No! Oh! Ah! 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 Der Banner, können wir darüber reden? Ich brauche Ihre Hilfe, okay? Was? Was machen Sie da? Was machen Sie da? Lassen Sie mich in Ruhe! Ich wollte nicht, ich wollte nicht... Ich wollte nicht... Lücken Sie mich nicht! Lücken Sie mich nicht! Lücken Sie mich nicht! Ich muss hier echt weg! Kein Wunder, dass die Resistance von hier weg ist! Da muss ich noch durch! Im Unterschied unerhebt sich ja niemand! Es muss ein Weg zurück auf Stacking! Hulk müsste inzwischen wieder Dr. Banner sein. Vermutlich bin ich allein. Was kann schon schiefgehen, wenn man einen roten Knopf trifft? Wenn Hulk mich hört, bin ich geliefert! Wow! Das war die Hangar-Bucht! Fast geschafft! Ganz ruhig, Kamala. Du musst nur zum obersten Deck, ohne den Kopf zu verlieren. Ob die Knöpfe noch funktionieren? Knöpfe drücken, Plattformen bewegen. Genau! Ja! Da! Daran könnte ich mich gewöhnen! Immer nur nach oben! Hm, was ist das? Hm, nein! Kurzschluss! Braucht Strom! Oh, für den Verteilerkasten! Okay! Und voilà! Der Knopf hat Strom! Und ich komme hier raus! Dort komme ich raus! Keine Spur von der Resistance! Hulk muss sie verschreckt haben! Ich sollte besser runter von dem Ding! Was soll ich jetzt mit diesen Aufnahmen machen? Ziel Kamala Khan festnehmen! Bedrohungstufe 1! Befehlen! Ziel lebend ergreifen! Äh... Seid ihr mir hierher gewollt? Oho! Das ist echt zugelich! Ja! 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 Ja... Ja! ich habe keine ich komme hier raus und ich nehme diesen stick mit versuch mich aufzuhalten hier ich muss unter von diesem ding ziel erfasst ziel festhalten das ist neu ich bin riesig ziel hat bedrohung stufe 5 angriff alle einrücken angriff enden Ende die taktische Routinen. Oh nein. Reiß dich zusammen, Katala. Oh Mist. Überwält dich das Ziel mit allen Mitteln. Halt. Oh nein, nein, nein. Oh nein. Schwerst du aber den kaputt. Gar nicht hinter mir her? Okay, damit komm ich da. Zahm nicht! Zahm nicht! Zahm nicht! Jetzt! Ah! Ach! Was? Tut mir jemand in deiner Größe! Jetzt ein bisschen... ...bitterlich! Oh! Nichts übergeben! Oh! Oh! Hey! Was machen Sie da? Oh! Ganz ruhig! Alles okay! Ich will nur sicher gehen, dass du nicht stirbst, okay? Okay, okay. Sie können doch nicht einfach Leuten Blut ausnehmen. Ich weiß, ich weiß unter normalen Umständen sicher nicht. Doch dies sind keine normalen Umstände. Heilige Scheiße, Mann! Dr. Banner! Oh! Nein! Highway 9. Von Highway 9 sind sie etwa 20 Meilen bis Highway 90. Wenn du Highway 90 nimmst, kannst du dir den Bus nehmen. Sorry! Wie leben Sie da? Ich habe wirklich... ...also wirklich ziemlich lange Zeit... ...ähm... ...als der... ...Große verbracht, also... Seit wann leben Sie denn hier? Äh... ...ein... ...paar... ...jahre... Ja. Ach... Das ist bemerkenswert. Ja. Das habe ich schon mal gehört. Also... ...deswegen verfolgen Aimbots ein Kind in die Wüste? Äh... ...nicht so ganz. Ich habe... ...etwas gestohlen... ...vom AIM-Server. Ha! Was? Wieso? Wieso? Ich weiß, ich weiß, ich weiß, okay. Ich denke, Sie sollten es sich selbst ansehen. Das ist Tarleton. Ja. Wieso schaltest du die Sicherheitsprotokolle ab? Äh... Hat er gerade... Ja, genau. Genau. Das habe ich auch gedacht. Er hat Cap dort im Reaktor eingesperrt und wollte dann die Chimera entführen. Äh... Das ist ein bisschen weit hergeholt. Wir wissen, dass der Reaktor eine Fehlfunktion hatte. Ist es möglich, dass Cap ihn darum bat, die Sicherheitsprotokolle auszuschalten und die Türen zu schließen? Wir haben die A-Day-Aussagen tausendmal gehört. Tarleton und Monica waren auf der Brücke, als es zur Explosion kam. Und nur deshalb haben sie überlebt. Aber das hier beweist, dass Tarleton nicht mal in der Nähe der Brücke war, als alles explodierte. Es beweist, dass er lügt. Und... Wo ist der Rest davon? Der Download wurde unterbrochen. Der Rest der Videoaufnahme ist beschädigt. Ja... Hören Sie... Was ist, wenn die Avengers reingelegt wurden? Okay? Tarleton. AIM. Diese ganze Heilungsgeschichte. Es passt alles nicht zusammen. Da stimmt etwas nicht. Ich kann's fühlen. Sie nicht? Und ich dachte, du wärst ne kleine Diebin, die sich mit Caps Schild davon stiehlt. Also... Ich hab überlegt. Könnte Mr. Stark uns nicht helfen? Der Zentralrechner basiert doch auf seiner Technologie. Ähm... Wenn uns jemand reinbringen kann, dann er, stimmt's? Ja. Da ist eine Bushaltestelle. Am Highway 9. Du fährst einfach immer nach Westen. Dann kommst du zu alten Freunden, die dir helfen können. Maria ist ein guter Mensch, sag ihr, ich schicke dich und zeig ihr das alles. Aber sie haben doch das Video gesehen. Sie wissen, da stimmt etwas nicht. Tut mir sehr leid. Ich kann dir nicht helfen. Ich würde gern, aber ich kann nicht. Aber sie sind Dr. Bruce Banner. Einer der genialsten Köpfe unserer Zeit. Geniale Köpfe? Sieh dich an. Sieh dir an, was wir getan haben. Du hast keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Talton nennt Menschen wie mich in Humans. Er meint, wir sind krank. Gewalttätig. Und wahnsinnig. Er sagt, unsere Krankheit wird uns alle töten. Aber ich glaube das nicht. Keine Sorge, ich werde Mr. Stark schon finden. Warte. Ich... Ich bring dich hin. Wirklich? 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 Oh, don't care! I love it! Tony hat hier seine Sachen verstaut, als Stark Industries unterging. Und wenn jemand weiß, wo Tony ist, dann Jarvis. Dieser Weg müsste zum Geheimeingang des Archivs führen. Cool. Ein schöner Tag zum Wandern. Ja, da hast du recht. Trägst du den Funkknopf, den ich dir gegeben habe? Ja, er ist praktisch unsichtbar.